Die Kids in der Stadt haben es schwer. Es gibt nur zwei Optionen. Man diszipliniert sie, oder sie machen Ärger. Ich war auch so ein Junge. Was wollt ihr denn hier? Es gab Sichtungen. Ich kann sowas nicht. Na klar kannst du sowas. Das zeigt Leid. Das Leid. Wir haben was gefangen. Ein Monster. Du musst schwören es keinem zu sagen. Du weißt nicht was es ist. Es könnte gefährlich sein. Guck ihn dir an. Sieht der gefährlich aus? Schon morgen passt er nicht mehr ins Haus. Ich bring ihn in die Garage. Da geht es ihm gut. Passen Sie gut auf sich auf Doktor. In Brightwood kann es seltsam zugehen. Wie lange glaubst du, kannst du ihn hier drin noch verstecken? Wo ist er? Charles Storch streicht mit den Ufos. Eins stirbt direkt über uns. Jake, lauf! Da, beim alten Umspannwerk. Haltet die Stellung! Dad! Ihr geht mir nicht in die Nähe von diesem Stützpunkt. Ja, mein Netzwerk. Lauf, Magnus! Oh, ich werde es nicht töten. Noch nicht. Er ist nicht all das, schaff. Der dust, das ist Noble. Untertitelung des ZDF, 2020